Wir spielen ein bisschen Blue and Star Defense. Ach Gott, nee. Das ist doch schmarrig. Habe ich falsch gemacht? Ich bin so... Ich wollte hier natürlich... Das so machen. So wollte ich das machen. So, nicht anders. Sorry. Ich bin auch nicht wach. Ich wollte es natürlich so machen, dass alle reinkommen können. Habe ich falsch gemacht? Tut mir leid. Hier, guck mal. Habe ich ihn schon abonniert? Ja. Guck mal mit Brille. Schöne, flüssig, warme Mütze. Und schönen Schal. So, warten wir mal ein bisschen. So, Ladies and Gentlemen. Ja, wir werden jetzt ein bisschen, vielleicht eine Stunde bis 14 Uhr spielen. Keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Und dann spielen wir Roblox. Roblox. Keiner will mehr reinkommen. Kopiere den Code. Ja, komm, rein. Bevor er wieder rausgeht. Also, jeder kann hier natürlich mitspielen. Nochmal auf die Frage mit den Moderatoren. Wenn ich die Leute kenne, werden sie automatisch Moderatoren. Das ist ganz klar. Aber ich muss die Leute halt kennen. Die kann mich auch da herstellen. Oder daher. So. Ja, ein bisschen spielen. So. Da kommen sie. Warum gehst du nicht nach vorne? Ich habe doch das jetzt eingestellt, dass jeder sich überall hinstellen kann, oder? Das ist aber nice. Dicke. Lass laufen. Ja, was gibt es Neues? Ähm, wichtig. Montag und Dienstag. Also, morgen und übermorgen gibt es keinen Livestream. Weil ich noch sehr viele Videos schneiden muss. Ich habe jetzt die acht Videos aufgenommen von, ähm, diesem, ähm, Teddy, der als Ritter hier unterwegs ist. Ich bin mir nicht sicher, ob ich morgen noch ein paar Videos aufnehme. Wahrscheinlich eher nicht. Ich werde morgen erst mal, ähm, schneiden. Und dann wahrscheinlich was anders aufnehmen. Weil ich habe noch ein Spiel, das ich gerne aufnehmen möchte. Rubin Gamer ist jetzt live hier. Das ist auch schon wieder dreiviertel Stunde her. Auf Twitch. Sehr schön. Ich bin hier live seit 12.32 Uhr. Auch sehr gut. Was nicht, ob ich heute mal eine fünf Stunde zusammenkriege. Ich muss heute auf jeden Fall ins Training. Dadurch, dass ich jetzt die letzten Tage, ich konnte nicht reinkommen. Ja, du machst dann gleich das nächste Spiel auf. Wir sind ja gleich fertig hier. Wer ist denn da? Alles sehr ruhig hier. Ja. Na, es war jetzt doof, na. Wahrscheinlich war das jetzt doof. Habe ich einen falschen gestellt? Ich glaube schon. Da ist es egal. Ähm, Oliver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6. Macht dann das nächste Spiel auf. Ui, Sushi-Meister. Ui, Sushi-Bentuskin. Ui, du Stick. Ui. Komisch, wieso konntest du nicht reinkommen? Wir sind doch nur zu dritt. Naja, ist egal. Ist gleich rum das Spiel. Wir haben ja schon wieder 14 Runden. Und dann gucken wir da mal weiter. Ja, also wie gesagt, Montag, Dienstag keinen Stream. Da werde ich intensiv Videos machen. Ja, ich war jetzt halt leider zweimal krank. Vor einem Monat mit den, ähm, Zähnen. Da habe ich jetzt nochmal einen Termin beim Zahnarzt. Beim anderen Zahnarzt. Und dann... Ja. Gucken wir mal. Weil ich will immer so vier Wochen im Voraus die Videos fix und fertig schon, ähm, auf YouTube hochgeladen haben. Weil dann habe ich immer mal die Freiheit. Weil man sieht ja, ne, man wird mal krank für eine Woche und dann stehst du schon da, ne. Weil ich bin ja Streamer und ich mache YouTube und ich mache TikToks und ich mache Shorts. Das ist also schon eine ganze Menge. Wobei TikTok momentan... Ah, nicht so geht, na. Aber ist egal. Ja, Rufelbande. Oh, guck mal, die zwei, wie schön. Bruder. Zwillingsbruder. Nehme ich das auf? Ich glaube schon. Ton ist an. Ja, alles gut. Ja, dann nehmen wir mal das auf. So, herzlich willkommen hier bei Johnny and Friends Gaming. Meine Damen, meine Herren, wir spielen hier mit Bloons, Tower Defense 6 und mit Popeye. Eine kleine Runde hier, nur mit Zauberaffen. 80 Runden. Und wir haben hier einmal das Brüder-Bruder-Paar. Das sind Zwillinge, nämlich Sushi Bento. Und zweimal Sushi Bento. Oh, das ist aber verdächtig. Die haben den gleichen Namen. Na ja, die sind ja auch Zwillinge. Und dann haben wir hier noch Quincy. Ich bin Player. Ja, du bist Player. Oh, scheiße. Keiner kann... Ich weiß nicht. Keiner kann Eisenbleibloons machen. Ja, ich kann es auch nicht. Kann man den ändern. Kann man den ändern. Ich weiß es nicht. Ich bin da nicht so tief drin hier. Normal weiß man über den Scharf schützen. Das ist komisch, ne? Ja, das ist ja auch nicht geskillt hier. Wer kann denn das? Gabelbogen. Blitzschläge, Dornen. Oh, ich möchte es mal gern wieder. World of Warcraft Classic spielen. Ah, ich habe so Lust drauf. Aber 13 Euro im Monat ist halt heftig nah. Da steht gar nichts, dass der irgendwas kann. Sehr verdächtig. Das ist aber teuer. Das ist aber teuer. 1025 für eine Feuerwahl. Echt jetzt? Das sind ja überhöhte Preise hier. Der Schwarze Ritter 23. Herzlich willkommen. Bist du Batman? Bist du, bist du inkognito hier auf Switch unterwegs? Der Schwarze Ritter? Nein. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Ein Jahr wäre jetzt verdächtig. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir haben ja Batman in Zivil wahrscheinlich heute Nacht wieder unterwegs gewesen für die Gerechtigkeit. Und jetzt trinkt er hier gerade seinen Cappuccino und wird hier sich ausruhen. Und uns ein bisschen hier zuschauen, wie wir hier spielen. Hier gucken wir mal mit seinem Schild. Gucken wir mal hier mit so kleinen Dornen dran. Und er hat einen Rubin auf seinem Fellmützchen. Ja, um 9 Uhr aufgestanden. Ja, Sonntag, das ist ja wichtig, ne? Sonntag ist wichtig, um sich nochmal so richtig auszuschlafen. Das ist auch wichtig, ja. Egal, ob du jetzt in die Schule gehst oder Student bist oder in die Arbeit musst. Man muss hier schon gucken, dass man auch mal ausschläft. Um 4 Uhr fertig gewesen. Was hast du denn bitte um bis 4 Uhr? Naja, gut, Batman halt, ne? Ja, gut gemacht! So, jetzt machen wir mal den hier. Mal schauen, ob das klappt. Ja, ich habe ihn falsch hingestellt. Ich bin doof. Nein, ich habe ihn... Ähm... Ich habe ihn richtig hingestellt. Sale of... Was? Ich brauche unbedingt so eine einfache Lesebrille. Ich meine, Brille, ich kann es nicht lesen. Ein Joker gejagt. Jeeeee, Joker! Den bösen Joker! Ja, der hat auch eine Leidensgeschichte hinter sich, der Joker. Da wurde so... Ähm... Entsprechend durch dem, was ihm halt passiert ist, ist er halt in diese... In dieses Leben reingerutscht und hat sich dann eben halt für das entschieden. Für das... Für das... Böse gibt es ja nicht. Gibt ja kein Gut und Böse, es gibt nur richtig und falsch. Hat sich halt eben für eine andere Seite entschieden. So, jetzt gucken wir mal. Kann ich da noch irgendwas machen hier? Ich glaube nicht. Weil 25.000 Griechen nicht zusammen... 25.000 Griechen nicht zusammen... Jetzt muss ich mal gucken, wie ist denn der geskillt? Das mache ich dann den halt auch so. Oh, wie schön. Joker gejagt. Um 4 Uhr fertig geworden. Viewers, heftig. So, wie ist denn der hier geskillt? Ich skille den genau andersrum. Wissen der geskillt? Ja, ich mache auch das Bäumchen. Aber ich mache den Blitzlies. 1, 2, 1, 2, 3. Ich mache Sturm. Sturm ist gut. Sturmi. 2780 mache ich Sturm. So. Na, also bitte. Haben wir schon wieder 50 Runden, meine Damen und Herren. Der nächste, der dann die Map aufmacht, ist Oliver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6. Black Ritter. Ich bin Player. Warte mal, einer ist noch nicht reingekommen. Wer war denn das? Nen, 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 Nen. Doch. Ich bin 8, Player. Ja, na klar, Player ist er nicht drin. Ja, okay, Player macht dann die nächste Map auf. Und dann kann ja Blue Star Defense 6 die nächste Map aufmachen. Ich weiß nicht, ob der mit drin ist. Kugelblitz. Ja, Kugelblitz. schönes bild black rider joker gejagt das unten muss immer ein bisschen kleiner machen das ist vielleicht doch ein bisschen warum eigentlich nett lass es doch kann ich das verschieben was ist denn das so kann ich das nicht verschieben naja gut du musst es schon lassen weil du stimmst ja auf zig plattformen auf twitter kein zuschauer das wird wahrscheinlich nicht übermittelt die zahl das ist ja immer dass die zahlen werden ja meistens nicht übermittelt so jetzt gucken wir mal da also zwar noch schon den kugelblitz es hat ungewöhnlich ein bisschen guck mal wie das schön hier blinkt das ist so schön gemacht und die schicken da was rüber und machen herzchen so ich habe einen haufen geld und was sie machen sollen ich glaube ich werde das spenden ich finde das mal bloens tower defense sollte er was draus machen so liebe gaming freunde danach geht es ins training muss ein bisschen langsamer machen 9 8 7 6 5 5 stunden geschlafen aber black ritter wenn du um vier uhr fertig gewesen bist warum bist du dann um neun aufgestanden und um zehn oder so erst nur fünf stunden geschlafen guck mal halo korn eine ninja affe wo ist meine 70.000 30 mann zusammen 70.000 komme an ihn zusammen oh ja das schaut doch ganz gut aus so meine lieben damen und herren liebe gamingfreunde herzlich willkommen hier bei johnny and friends gaming 51 minuten sind wir hier live auf youtube und twitch und twitter und was ist da noch so alles gibt rubin gamer ist live hier er hat gestern auch gestreamt und micha hat gestern auch gestreamt zombie ist auch live hier auf twitch herzlich willkommen ja micha 34 unterstrich hat gestern nachts um 24 uhr gestreamt kann man sich gar nicht vorstellen gta hat er gespielt 40 minuten nachts um 0 uhr vielleicht war das auch bloß eine wiederholung aber da war mein rechner schon aus ich habe das dann über smartphone gesehen und ja 15 runden sind es noch dicker guck mal hier die spikes hier das ist der dreier so kriegt noch ein bisschen was und kripp spiel terraria ok sali official ich wollte mal gucken ist irgendjemand auf discord keiner doktor zosbos ok das habe ich da drin stehen bloß ok tot ist cool ist ja es bitte nicht stören ok cool fuchses spiel drohblocks fuchs spiel drohblocks sonst kommen mal 13 runden noch schönes spiel ist halt ein bisschen schwierig normalerweise ja das schafft man schon gut gemacht du die ganze lösselbange es gibt da keine fernkämpfer mehr oder weniger namen das ist immer ein bisschen doof bei den zauberaffen wenn du keine fernkämpfer hast dann musst du die truppen halt auch anders setzen verteile ich jetzt hier einfach mal recht ruhig im chat wie geht es euch wir können ja mal ich habe noch nicht mal nachrichten heute geguckt ich gucke mal schnell ob die welt noch besteht oder ob sie schon auseinander geflogen ist ja es ist doch alles da wie ich hier sehe ok für der stadthalle soweit bin ich nicht draußen ok das lustig das muss ich mir mal angucken also scheint nichts passiert zu sein dem und dojo lange nicht mehr gesehen wie geht es dir was machst du so dämon dojo der dämon dojo ist auch schon lange da so ladies and gentlemen sieben runden noch hier guck mal mit maske keiner will geld ich weiß jetzt nicht wer geld braucht ich gebe mal dem hier geld vielleicht kann er was mit anfangen dir geht es gut morgen wieder schule also wie gesagt nächstes live stream am mittwoch ich werde ja mittwoch freitag sonntag dann wahrscheinlich weil ich muss unbedingt morgen wieder die videos die sind schon hochgeladen auf youtube aber ich muss die mal alle bearbeiten das dauert nicht lang und dann brauche ich unbedingt noch neue videos weil ich immer jeden tag ein video hochladen ich werde vielleicht aber das soll man eigentlich nicht machen nicht mehr wie zwei videos am tag hochladen eins in der früh und eins vielleicht so ab 13 uhr ich muss mal gucken wie ich das mache ich habe jetzt den chair simulator könnte ich machen ich habe so ein spiel mit einer alten dame ich gucke deine streams dankeschön und ich wollte eigentlich den dinosaurier simulator spielen aber hatte da technische probleme weiß nicht warum das hat das gespielt ich habe das zufällig entdeckt und dann da ist aber irgendwas mit der grafik nicht in ordnung und meine pfeile vollkommen sinnlos ich gucke deine streams dankeschön so ladies and gentlemen bald wird es frühling dann wird es wieder wärmer und dann wird alles wieder ein bisschen besser wir hatten ja dieses jahr ganz ehrlich gesagt hier in bayern also wo ich jetzt hier wohne in mittelfranken keinen richtigen winter kann man jetzt nicht gerade sagen engel fuchs hier geht's dir fuchs so hat er sein geld ausgeben papa er hat es nicht ausgegeben das ist schlecht er muss sein geld ausgeben weil wir haben nur noch zwei runden wir könnten zwar theoretisch mal freies spiel machen weil wir haben ja schon 80 runden ist dann auch egal die 20 runden haben wir gleich geschafft ja ich möchte heute mal epic minigames spielen aber nur eine stunde ja mir geht's gut ich war jetzt ein bisschen ja ich hatte grippe kann man nicht sagen grippe hatte ich jetzt nicht also laufende nase oder irgendwie sowas aber es ging mir nicht gut ich habe dann hier vom heilpraktiker ein paar sachen genommen ähm ja und heute geht es mir eigentlich ganz gut wieder aber ich muss unbedingt wieder ins training weil ich habe jetzt natürlich weniger trainiert dieses monat und das merkt halt sofort der kreislauf na es geht auf den kreislauf wenn ich nichts mache und dann werde ich halt so träge und alles und jetzt muss ich sofort wieder mal 400 minuten aufs fahrrad ja meine pfeile ja und dann ja wie gesagt morgen bald bald morgen raus video schneiden video aufnehmen weil ich habe jetzt noch bis ja 16 tage habe ich jetzt noch videos für 16 tage videos das ist normalerweise nicht viel ich versuche immer für einen monat videos schon komplett fertig zu haben und am mittwoch geht es dann wieder mit streams weiter ich muss halt schneiden ich bräuchte jemanden der für mich videos schneidet weil ich habe ich habe eigentlich für 60 stunden videos aber ich kann sie nicht schneiden weil ich keine zeit habe und dann ja das muss ich mal gucken oh ist es jetzt das ende hier so bitteschön so machen wir schnell noch mal freies spiel weil mich würde mal interessieren ob man das schaffen kann ja mich würde interessieren ob man das mit drei leuten ohne farmen und ohne große ja was weiß ich jetzt hier dass man hier sich hier da noch die ganzen insta-affen rein zieht die ich ja nie verwende so gut wie nie ich hab 16 entchen ja gut gemacht kannst du mal apex legends spielen dämon dogo ja vielleicht aber ich habe ja noch lost ark ich habe seit zwei tagen kein lost ark gespielt da bin ich jetzt irgendwo paladin stufe 26 und ich würde gerne mal auf die höchststufe kommen einfach mal um zu sehen wie die höchststufe ist aber ich habe einfach keine zeit ich kann nicht so viel machen das ist einfach alles zu viel und wenn ich jetzt mit apex anfangen dann muss ich jeden tag eine stunde apex spielen und ganz ehrlich ich bin mir nicht sicher wenn ich jetzt bevor ich apex spiele spiele ich lieber fortnite ganz ehrlich weil doch sehr viele kinder fortnite spielen jugendliche sagen wir mal bis ja kind ist man ja bis was weiß ich wie die definition von kind ist ich habe es mal gewusst bis 13 glaube ich irgend so was in den dreh rum und meine zuschauer zielgruppe sind ja kinder und jugendliche bis ja bis 14 vielleicht und ab 15 sind sie weg meistens man sieht es ja uni ist weg der kommt nicht mehr und PR ist nicht mehr da der kommt nur noch einmal im monat vorbei tms ist auch nicht mehr da schon lange nicht mehr das ist halt mal so ne jetzt gucken wir mal ich habe hier 13.000 hier schön hat er jetzt sein geld ausgegeben nein hat er nicht ich weiß nicht ob er noch da ist ich glaube Popeye ist nicht mehr da das ist immer ganz gefährlich wenn man nicht weiß ob der noch da ist ich glaube nämlich der ist nicht mehr da und spendest und spendest und spendest und ergibt sein geld nicht aus und das geld fehlt ja das fehlt ja dann so guck mal schön hier oben hier so mit dem hintergrund zu schön die zwei brüder das sind das sind zwei ziel pf ist nicht mehr da glaube ich schwerer angriff hier schwerer schwerer angriff ob es jetzt oder schaut gut aus ladies and gentlemen für alle die neue sind lassen like und ein abo da egal ob er jetzt auf kannst du das kann das sein dass team prüfungen hat ich weiß es nicht immer meldet sich nicht ich muss ihn jetzt mal wenn ich jetzt mal zeit habe auf discord anschreiben na ja klar johnny hat auch prüfungen berghand hat auch prüfungen jetzt gehabt die ganze zeit und ich weiß schon wie schwierig das ist gerade als schüler wenn man damit zu den schwierigen klassen ist wo die lehrer immer stress machen 8 9 10 11 da es ist schwierig mitspielen ich kenne das ja es ist nicht mehr da wobei gibt mir auch gibt mir dein geld gibt mir geld dann gebe explodent die fans 6 er kann es ausgeben ich werde mal anschreiben schwerer angriff ja ja der ist nicht mehr da schade um das geld dass ich ihm gespendet habe schade es ist doof dann werden wir wahrscheinlich verlieren weil in wirklichkeit spielen wir ja dann nur noch zu zweit entwickelt seine sachen nicht mehr weiter wir wissen es ja nicht wir wissen es ja nicht ob er nicht da ist jetzt hat das ausgegeben jetzt in was hat das ausgegeben aha in die zwei hier jetzt werden wir gewinnen das wird ein gutes spiel so jetzt gucken wir mal hier ja dann dann gewinnen wir ja wir gewinnen hier ja ich glaube es ist ja ich weiß nicht einer war damals in der achten der war schon ziemlich weit kann sein dass der jetzt in der neunten ist sondern hat er prüfungen dies kann natürlich schon sein geld so fünf runden noch hier ich will den kleinen kurs hier noch ein bisschen hier ein bisschen auf gehen hier es wird kalt hier noch brauchen wir mal wieder eine jacke kalt ist es hier oha wir los ok so ich mag hier mal ein bisschen gelde trank wo vor dem x arkan meister so den rest haben wir raus schönes spiel gefällt mir also das geräusch im hintergrund ist der wasser kocher apex legends let legends legends apex ja ich werde auf jeden fall lost ark weiter spielen ich will einmal auf auf höchststufe kommen und dann muss ich mal gucken dann kaufe ich mir eine maus dieses monat noch und dann spiele ich vielleicht doch mal wieder fort night aber dann nur im team 2000 habe ich schon wieder so unglaublich in reich hier schön schmeißen wo er kann sogar mitspielen beteiligt sich auch hier fest um ja am angriff gut gemacht mit maske sehr wohl ninder für euch gebraucht total eine kleine bombe hier und da haben mit fernzünder pfui pfui soll ich dir bei fordner helfen ich habe mal fordner gespielt vor sei schon ein paar mal erzählt da hat man auch den alten drei rechner vorher und habe ich lange gespielt dabei noch sagen wir mal als anfänger ich bin ja nie gut in shooter gewesen weil das ist allein durch die szene ich habe brille und so ihr wisst dass ich alles schlecht und da war ich mal wirklich drin im spiel 100 gegen 100 oder 50 gegen 50 weiß ich was das damals für ein ding war das war schon lange her und dann ist der rechner wieder mal nicht gegangen und dann hatte ich einen anderen job und dann oh mein gott und dann konnte ich wieder ein dreiviertel jahr nichts machen und danach war es aus und dann wollte ich wieder anfangen aber dann ging die maus nicht weil ich wollte die maus zum bauen programmieren haben wir das jetzt verloren gebt euer geld aus ja guck mal mit Sherlock Holmes Mütze und mit schönen Handschuhen aber er hat keine Schuhe an er muss doch frieren warum friert er? so lassen wir es nur zwei Runden laufen und dann macht player glaube ich das nächste game dann auf wie viel geld habe ich denn? ja wie viel geld haben die? 30.000 hat Popeye ich mach schon mal Danke Dankeschön guck mal die Amarmelade haben die auf ihrer Außenhaut drauf wow cool Ladies in Channel wenn ich geh jetzt raus kann ja nochmal kurz eine Runde zuschauen ich würde gerne mal bis Runde 200 machen habe ich bisher auch noch nie gemacht aber das hat immer alles zeitlich sehr anstrengend gibt es eigentlich für Bloons Tower Defense Bots weiß das jemand? da jemand mit Bots daherkommt oh sind das viele oh oh sind das viele oh oh das war es schon nein das war es noch nicht soll ich dir dann bei Fortnite helfen? ja bitte also gut komm geh mal raus Land machen wir nochmal ein Danke rein und dann gehen wir mal raus das war es schon los dann geh mal raus rium und dann machen wir´s das war es noch nicht